hohoho seekräuter und wohnzimmerkapitäne herzlich willkommen zu unserem ersten adventszeit video schön dass ihr dabei seid wir wollen mit euch gemeinsam in die adventszeit rein feiern ein bisschen näher zusammenrücken natürlich mit dem corona abstand aber das hier ist ja digital da müssen wir uns nicht so eine großen gedanken darum machen ihr könnt die nächsten montage immer wieder ein video hier auf dem kanal erwarten unter dem ihr kommentieren könnt und dann eben entsprechend preise mitnehmen können das heißt wir fangen hier an am 23 11 also heute mit dem video und werden dieses video am 30 11 auflösen und gleichzeitig in demselben video das nächste giveaway starten das passiert dann am 7 12 natürlich wieder wir werden das video vom 30 11 auflösen und mit dem gleichen video in dem gleichen video am 7 12 dann mit dem nächsten giveaway anfang ein so sogenanntes ketten video wenn man dazu sagen möchte wir haben uns außerdem gedacht dass wir im sinne der weihnachtsgedanken nicht eine eine gesteigerte preispolitik haben möchten also der platz eins die meisten preise bekommt und platz drei die weniger meisten sozusagen sondern wir werden drei gewinner ziehen die alle gleichberechtigt den gleichen preis erhalten in diesem video zum ersten advent werden wir einen cc code also ein cc container code und ein kamo code verlosen das heißt platz eins zwei und drei bekommen jeweils zwei codes von uns und um daran teilzunehmen wünsche ich mir von euch dass ihr euren world of warships ingame namen vom eu server unter diesem video als kommentar da lasst außerdem wünsche ich mir von euch dass ihr auch weiter eure wünsche und eure gedanken mit mir teilt sozusagen eure gedanken wie ihr das ziekraut jahr 2020 erlebt habt hat euch gefallen hat hat euch vielleicht auch nicht so gefallen hat aber bleibt bitte konstruktiv bei der ganzen geschichte wenn ihr wünsche habt habt ihr euch zum beispiel zu weihnachten von world of warships wünscht oder in world of warships euch fehlt dublon premium spielzeit bestimmte schiffe immer rein damit vielleicht habt ihr glück und solche schiffe werden vielleicht hier mal verlost meili fragezeichen ausrufe zeichen ja also der nächste punkt ist ihr müsst hier kein kanal abonnement dargelassen haben es ist zwar so dass ihr bei youtube kostenlos abonnieren könnt wir freuen uns darüber natürlich sehr wenn ihr unseren kanal abonniert aber ihr müsst das nicht tun ja ihr könnt es tun es ist einfach nur ja eine möglichkeit eure dankbarkeit auszudrücken aber es ist keine pflicht um an diesem giveaway teilnehmen zu können das nächste worauf meine meinselmännchen hier achten werden ist doppelte kommentare doppelte kommentare ja bringen einen unlauteren vorteil diese leute werden dann auch komplett entfernt und zwar alle kommentare von denen das heißt achtet darauf wenn ihr euch verschrieben habt kommentiert oder bearbeitet euren kommentar und korrigiert eure antwort ja macht keinen zweiten kommentar ist ganz wichtig da sind wir dann auch bei dem punkt schreibt euren namen richtig eu server ja auch wirklich alle sonderzeichen unterstrich leerzeichen li so ne ganzen geschichten bitte weist darauf separat hin wenn ihr einen namen habt der nicht so einfach zu lesen ist ja kleines l großes i das kann sehr ähnlich aussehen also der ganzen geschichten denkt da bitte dran und dann würde ich mich natürlich sehr freuen wenn ihr dieses video weiter tragt an eure klaren kumpels familien die world of warship spielen freunde die world of warship spielen das würde mich auch sehr freuen und dann sind wir eigentlich schon am ende dieses ersten videos kommentiert jetzt gerne unten wie sagt mit eurem eu server namen und ja was ihr euch vielleicht für die nächsten videos wünscht wenn ihr möchtet würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten video hier auf dem kanal ja und eine schöne adventszeit viel viel spaß vielen dank für eure zeit euer secrets team euer andy ciao ciao